In 300 Metern rechts der Strasse folgen, in die Dorfstraße. Jetzt rechts der Strasse folgen. Ja, da müssen wir erstmal rein und gucken. In 300 Metern haben sie hier zwischen Zill erreicht, dann scharf ins Abbiegen. Ja, und das kann ich leider nicht so nachreichen, weil das hier beschwert ist. Ja, und das will ich auch nicht, dann prob ich das auch raus. Ja, da kommt ein Problem. 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 Warte, da ist das Schaumspiel. Ja, da ist das Schaumspiel. Ach, zu weit, gell? Das geht noch nicht. So, linken Kreuz geht nicht. Wende, bitte wenden. Das ist die L. Ja, da ist das durchgefahren. Ja, da braucht man das ein bisschen Stress haben hier. So frei. Ja, das ist auch nicht. Das ist schon ein Schaumspiel. Danke schön. Wenn man gleich weiter jetzt wenden. Ich fahre mit jetzt. Den müssen wir wenden. Ach so, der nächste Sauber. Scheiße. Ich muss abbiegen. 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 Guck mal, die kleinen Quick-Tieffahrer. Ich muss abbiegen. Oh, da braucht man hierher. Jetzt... Ich muss abbiegen. Ich muss abbiegen. 8 km der Straße vor. Ich muss abbiegen. 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 Abbiegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020